In Atos überantwortete Jesu, dass er gekreuziget würde. Die Jüden aber nahmen Jesu und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuze und ging hinaus zur Städte, die nach heißen Schäden stellt. All da kreuzigeten sie ihn und mit ihm zwingen andere zu beiden Zeiten. Jesu aber mitten innen und Pilbantus schrieb eine Überschrift an sein Kreuze. Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Und die Kriegesknechte nahmen seine Kleider und machen den vier Teil dazu auf den Rock. Auf das erfüllt wird die Schrift. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über meinen Rock das losgeworfen. Er stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und der Jünger, den er lieb hatte. Und Jesus sprach zu seinem Munde. Heil, siehe, siehe, das ist deinem Munde. Da rach zu dem Jünger, siehe, das ist deinem Munde. Als nun Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er. Und sie füllten einen Schwamm mit Essig und Isoppen und hielten ihm das zum Munde. Und siehe, das ist deinem Munde. Die Kriegesknechte nahmen, als sie zu Jesu kamen und sahen, dass er schon gestorben war. Rachen sie ihm die Beine nicht. Sondern der Kriegesknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer. Und als bald ging Blut und Wasser heraus. Wenn solch es nicht geschieht, dass die Schrift erfüllt wird. Ihr sollt nie kein Bein zerbrechen. Und eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchem sie gestorben haben. Und wer das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist nicht wahr. Und er weicht, dass er die Wahrheit zahlt, auf das, der hat es bezeugt. Wir glauben, liebe Herr. Wir glauben, liebe Herr. Wir glauben, liebe Herr. Wir glauben, liebe Herr.